Die Geschichte des ERP-Fonds ist die Geschichte einer sozialen Innovation. Es ist immer um Kooperation und internationale Solidarität gegangen. Und diese Grundgedanken, diese Grundpfeiler haben dazu beigetragen, dass Österreich heute eine starke industrielle Basis hat. Und das ist, wie wir wissen, ein Fundament für den österreichischen Weg und die österreichische wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Das entscheidende Kriterium für alle Unterstützungsleistungen, die der ERP-Fonds jemals gewährt hat, war immer Innovation. Immer innovationsgetriebenes Wachstum durch die österreichischen Unternehmen. Der ERP-Fonds hat sich in den letzten Jahren zunehmend auch dem Dienstleistungssektor gewidmet. Auch hier entstehen große Umbrüche, insbesondere durch die Digitalisierung. Es gibt neue Geschäftsmodelle. Und hier versucht der ERP-Fonds auch zukünftig ein Angebot zu formulieren, das auch hilft den Unternehmen, Risiken auf der Finanzierungsseite zu minimieren. Als Land, das sich seinen Wohlstand hart erarbeitet hat, müssen wir um das besser sein, um das wir teurer sind.